so wer bist du denn richtig und der tim der probiert jetzt seine drohne aus kannst du die da schon richtig steuern bist du sicher tim und wenn die fracht fliegt was machst du dann wo sind wir denn ne hier am video da stehen wir über unsere köpfe hinweg jetzt kommt sie das ist ja das ist ja eine renndrohne ja wenn die nicht reich verfolgt die hat nicht mehr richtig funktioniert und die ist die speicherkarte kaputt du startest jetzt automatisch ja ist ja nicht zu fassen und wo ich hinfuhig muss ähm 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 so 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 Musik Hast du das jetzt aufgezeichnet, was du jetzt da hast? Musik 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 Musik